diese hier so alte doch soll es ja auch geil gewesen wenn ich jetzt beim letzten Mal wo ich das sehe wieder runtergefallen wäre wieder Runde gefallen hätte wäre hätte Fortkette tun tut und tun Prozent 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 langsam wird mein Hirn echt wie spiel haben wir es denn in Aukio bisschen Zeit hier hier aber es findet auch keine Monster mehr sind hier nicht mehr hier Monster hier es ist die andere Seite genau dann geht es jetzt hier runter da unten habe ich auch schon gesehen da sind ein paar Nachrichten mit dem vorhin komme ich jetzt in die Rübe mit dem vorhin komme ich jetzt in die Rübe also ich habe es euch für nur betätigt ich stich habe es nicht aktiviert wegen den erlieben deswegen so hier geht es weiter dass die genutzt genau ich so aus die oben ist ein haus oder so da ist ein typ mit der fackel da ist ein toter kommen wir auch schon unter den gegenstand fackel und noch mal mehr heureka ein fast eineinhalb stunden ich habe man ja gesehen verdammt ich wollte nicht so war auch voll mit der Fuß ins Gesicht und dann genau Auer wollte ich sagen Auer Bauer Osten das wäre die vier Arme ne Fehler kann gar nichts 740 ok und jetzt sind wir vergiftet warum auch immer ach so sind die ach so guck mal her guck mal her fett hier naja und ich sollte mal nein 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 so gehe ich hier hin und jetzt kommst du so jetzt hole ich mir eure seele da oben eins zwei zwei äh Nummer 3 ist da nope 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 komm schon jetzt so jetzt ist dein ende noch wieso verlieren wir nicht so viel Leben also schnell also viel was ist das schon wieder muss ich wieder in ne hä von oben ach so von oben oh man immer die mit ihren komischen Nachrichten das regt einen auf so dick geworden ist er haben wir noch ein bisschen einiges haben wir nicht übersehen das war taktisch einfach irgendwie denkt euch ein Teil ah hier geht es rein oder so ok ich fand mich ja wirklich wenn wir unser erstes Ember bekommen wird ja auch mal Zeit ja ja nämlich wirklich jetzt wieder so ein Rudel aus dem ersten Teil wo ja nein ähm wo man die Faktionen ähm das ist ja gar kein Sinn wo die Fraktion war mit den erwiesen die die Wächter vom Ball vor der Katze blaue Katze oder so gut dass ich gerade überhaupt nicht mitbekommen was daraus passiert oh was ist denn da wann kommt der erste Boss und wann ist diese Folge vorbei ich glaube ein paar Minuten 1 2 oder so einer äh da ist noch ist auch noch ein item Seelenspiel oh das ist nicht geil das ist sie dann später wo bist du ich habe auf dich gewartet mein Freund Heidespeer Zwillingsklinge oder was für ein Zauber habe ich gerade drauf geachtet muss ich sagen wo sind wir hier ah ok äh was sie entspärken gut klinge auch wie eine Woche aber ok kann mich ja mal täuschen Prozent wo geht's jetzt denn wir hin noch ein Zeichen hier wollen wir noch gar nicht ich so kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus wo ich jetzt bin Leute Leute nein ich hab doch ein Estusverkür gedrungen du halt sie einfach nicht an die Spielregeln ich hasse also leute die einfach spieler töten die einfach nichts mit dafür können keinen anstand ich bin hier gestorben ich bin da nie wieder hin und jetzt nicht lassen wir es die gewandt du kannst nichts ach so jetzt sind wir hier aber wieso ok hat wieder etwas spezielles ja so wie es gehört das kann ich auch scheißen wenn ich will und wenn der pupu ist sie wieder da keine ahnung stachelpeitsche ne die will ich nicht da ist also das ist das oh man oh man oh man die folge ist sogar schon um gewesen die letzte wenn ich 50 ist doch auch egal ihr seht sie ja genau unterm finischen jubi scheiß der hammerhard die da das ist gegen die spielregeln ja ich hab doch ähm hab das nicht gesehen ich hab den gefinisht und kurz darauf konnten die mich wieder angreifen also was ja auch logisch ist aber zu zufrieden so früh naja außen hier nee danke um an 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 um um ich habe ich nicht vergessen ich habe ich auch nicht vergessen ich bin immer schneller als jeder andere passt auf jetzt kommt der fette wieder so der ist auch sofort tot der gibt aber nichts hier der ist geizig ich bin schneller als der schmetterling der hat sich vergiftet hier kommt er oh den habe ich nicht gesehen tut mir leid für dich mein freund äh wo bin ich denn jetzt schon wieder welchen Weg bin ich denn jetzt gelaufen tut mir leid für mein freund ich habe gesehen dass du da bist ah und ich dachte ich wäre schneller schade ach der kann uns aber auch nie was lassen der bogenschütze was ist denn da aus ne ich dachte schon ich dachte es wäre jetzt schon wieder in so ein hässliches Monster oh ach oh Gott wo kommen denn jetzt wieder hin oh was ist denn hier Leuchtfeuer verschlossen kann ich da von oben rein so nicht oh Skelettron oh 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 Dunkelheit 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 das ist wohl die Vase hier ich weiß genau ach so jetzt sind wir wieder in so ein Fluchgebiet was ich nicht ganz so geil finde das schon wieder lol Cheetah oh da hinten dran da hinten ist auch eins kommst du hier sag ich nicht weise ob du wirklich top ist stirbst du bist du bin ich denn hier schon wieder ich will nicht sein wenn er es dann entweder wenn ich so eine wiese die 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 holly dinge habe oder bis ich das gebiet abgeschlossen wo kommst du schon wieder hier die lobzeit ist ohne ja also das gebiet halt dem wald da weil da ging es eben auch noch weiter bei den ganzen aus der zunung und dass hier irgendwann so nach hinten darüber kommen und dann ab der andere seite rauskommt das könnte ich auch sein diese hier schon wieder hin schlüssel voraus die sekt voraus deshalb jetzt mein freund so leider haben wir dieses fies nicht bekommen im school im piech aber okay für den giftpfeil ist auch schon mal was